Na geht doch. Heute nach Abschluss. Der wird definitiv gleich mal gefilmt. Gott sei Dank. Hört er mal Zeit. Herrlich. Da fühlt man sich gleich viel besser. Naja, wenn der steht, glaube ich, sie noch ein paar Texturen bauen. Vielleicht. Screenshot kann entnommen werden. Nächster Halt. Aufsichtsplatz. Umsteigermöglichkeit zu den Straßenbahnen 5 und 6. Der Boden mache ich später. Den Boden mache ich später. Aufsichtsraten. 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 ?" Nächster Halt, Machhaltplatz. Dann haben wir ja in guten Zeitpunkt definitiv jetzt erwischt. Du kennst mich jetzt sowieso wie ich da bin, weil es das Licht auch angenehm macht. Machhaltplatz. Macht der wieder für Zerstörung. Ja, gewinne eine PS5. Hauptsache Werbung machen und Geld verdienen für irgendeinen Rotz. Nächster Halt, Frankenstraße. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 5 und zu den Postenlinien. Umsteigemöglichkeit. Neugierig! Nächster Halt, Asenbrock. Nächster Halt, Asenbrock Nächster Halt, Asenbrock Nächster Halt, Asenbrock Nächster Halt, Asenbrock Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt, Asenbrock Nächster Halt, Asenbrock Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt, Asenbrock Nächster Nächster Halt Nächster Halt, Asenbrock Wenn du dann nochmal ein Gemeinschaftshaus steigst, das ist gut. Dann hätten die eh noch eine Stunde. Dann hätte ich bestimmt keine Rücksicht nehmen, hat er bei mir auch nie. Dann hätte ich noch eine Stunde. 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 Scharf weiter hin. Ja, Türstörung. Türstörung ist gleich G1. Klump halt. Nächster Halt. Langwasser Mitte. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien. Türstörung. 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 Da können die Garten nochmal her. Nächster Halt Gemeinschaftshaus Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt